hallo liebe leute willkommen zu einem weiteren let's play von emergency 4 tut mir leid dass in letzter zeit gar keine videos mehr hochgeladen wurden aber das liegt daran es war halt karneval und momentan habe ich viel auf der arbeit auch zu tun und zwar ziemlich k.o. doch ja aber jetzt geht's kommt jeden tag wieder ein neues let's play raus auf meinem kanal könnt ihr euch ja gerne anschauen und jetzt zunächst schauen wir uns erstmal die nächste mission an dammbruch nach tagelangen anhaltend starken regenfällen ist der damm eines stausees in den bergen gebrochen eine im tal darunter liegende stadt wurde dabei überflutet einige bewohner der stadt wurden von den fluten überrascht und müssen so schnell wie möglich aus dem wasser geborgen werden mehrere personen haben sich auf die dächer ihre zum teil einsturz gefährdeten häuser gerettet und warten dort auf rettung drei personen werden vermisst sie befinden sich höchstwahrscheinlich in fahrzeugen am grund des überfluteten tals bergen sie alle personen von den dächern der gebäude retten sie alle personen aus dem wasser versorgen sie sämtliche opfer und transportieren sie sie ab mal schauen jetzt schalten als allererstes den strom ab sonst noch einen strom schlag hier und wir bauen müssen ja noch die brücke bauen ja bin ich ja schon dabei chillt mal so die helik mit den helikoptern können wir schon mal die leute her holen aber ich will noch einen zweiten so dann kreuschen wir das schöne motorboot helikopter wo seid ihr alle nummer eins und nummer zwei sorry wenn ihr das husten hört aber ich bin etwas erkältet so strom abschalten tämä man und die Ich hoffe, der Heli explodiert jetzt nicht. Ja, sie ist abgeschaltet, das finde ich doch immer gut. So ist die Brücke mal fertig, ja, sie ist fertig. So, die müssen wir jetzt alle absetzen, hier holen wir schon mal die Leute. So, landen. So, landen. So, landen. So, landen. So, die Leute, ja, jetzt muss er landen. Der hat ja noch Platz genug. So, einmal die Leute auch aussteigen lassen. So, dann rufen wir mal einen Krankenwagen. Ähm. Ja, da ist auch noch einer. So, jetzt gucken, ob wir noch Leute auf dem Dach sind. Ich glaube aber nicht, das heißt, wir können. So, hallo. Eine Runde landen. Wer braucht noch einen Taucher? Ja. 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 und da stört das erste gebäude ein ist ja super ich glaube aber es sind keine leute jetzt mehr hier aber hier ist noch einer den müssen wir natürlich holen gute arbeit alle opfer sind abtransportiert ok der taucher der braucht natürlich bei der strömung was länger sorry wir wegen dem husten es gibt weitere opfer im einsatzgebiet ich bin jetzt ein bisschen krank aber hier ist auch noch einer wie wir erstmal mit hoch holen wahrscheinlich kein bock so jetzt müssen wir aber erstmal die leute hier raus bringen und die aussteigen lassen das stein gebäude wieder eingestört nein komm fahr mal schneller etwas schneller bitte okay das ja keine mitte ein verletzter und da kommt der wagen und boom das zweite auch noch ja klar da bleibt er stehen ist aber alles logisch ja 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 du hast du da ja auf jeden fall wird noch werde ich das jetzt so machen dass ich montags sowie donnerstags emergency 4 hochladen werde dienstags und freitags werde ich fifa world hochladen allerdings wenn das jetzt nur noch drei oder auch vielleicht vier folgen werden aus dem grund weil fifa world kann man eigentlich 200 folgen machen und ich denke mal ihr habt jetzt genug davon gesehen auch und ja da werde ich mir da welchen anderes spiel spielen habe ich gesagt drei vier folgen werden noch von fifa wird kommen und ja mittwochs sowie samstags kommt dann 43 raus und sonntag für sonntag habe ich mir dann was anderes überlegt aber das werdet ihr dann noch sehen und ja lasst euch überraschen so ich hoffe jetzt ist hier keiner mehr so auf jeden fall den fuzzi hier den brauchen wir nicht mehr ich glaube hier ist noch jemand drin weil er macht der blub blub oder macht es blub blub und ich glaube ich habe scheiß geboren weil es irgendeinem kommt kann ich den hier nicht mehr aussteigen lassen kathol toka 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 ich mache jetzt mal ein bisschen schneller weil ich kein bock habe jedes mal das zu gucken weil dann wird das video auch ich weiß es nicht wie lange aber jetzt kann wieder normal machen so wo war das hier ja dann lassen wir den mal hier die verletzten oder die verletzte verletzten ich gerade gesehen habe das behandeln da müssen wir also noch einen krankenwagen naja was ich glaube dass einer schon tot ist so das machen wir wieder schneller die eine person ist tot und die zweite person ist tot also zwei tote das sind auch die glaube ich dir wie ich aus dem wasser gezogen habe also glaube ich mal oder ich denke mal dass der dritte auch todes weil der taucher ein jahr lang braucht hoffe nur dass jetzt nicht hier noch irgendwo einer ist blubberblasen sind hier noch blubberblasen so hauptquartier schneller 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 bringt mal was mehr energy es ist ein bisschen blöd dass man die nicht hier in das brot rein tun kann und dann einfach absetzen kann ja eine runde tauchen sie haben alle personen aus dem wasser und von den dächern der gebäude sehr gut das ist jetzt nicht wahr das war okay werfen sie trotzdem einen blick auf die auswertung sie werden schnell erkennen dass sie sich in allen bereichen ihrer tätigkeit noch verbessern konnten also wir haben die mission jetzt gerade erfolgreich abgeschlossen allerdings irgendwie gerade ein bisschen komisch weil einmal ist unser motorboot ja explodiert und die person ist eigentlich wieder unter wasser gegangen das heißt ich konnte jetzt gerade eben tauchen wieder aber okay was soll es wir haben die mission erfolgreich abgeschlossen und ich hoffe wir sehen uns wieder beim nächsten let's play das ja am donnerstag rauskommt nein ich meinte am montag rauskommt und ich sag mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Das war's.